Herzlich Willkommen und Hallo in die Runde. Hier ist wieder euer Stefan von psd-tutorials.de. Und während wir uns unweigerlich dem Jahresende nähern, rückt ein Thema ganz prägnant in den Vordergrund, denn ihr wisst es ja schon, es geht um Kalender. Kalender, die rumhängen, abhängen. Manchmal landen sie auch im Papierkorb, wenn der Designer schlechte Arbeit geleistet hat. Aber das wird uns heute ganz bestimmt nicht passieren, denn ich habe euch heute einen Workshop mitgebracht, mit dem ich euch mit dem notwendigen Rüstzeug ausstatte, damit ihr zu Hause euren eigenen tollen, super starken Kalender aufbauen könnt. Ja, was erwartet euch in diesem Videotraining? Wir haben ein paar kleine Stationen zum Durchlaufen und beginnen bei der Kalendervorlage. Woher bekomme ich also eine aktuelle Vorlage? Welche besonderen Eigenheiten gilt es dabei zu beachten? Anschließend werden wir den Kalender von A wie Anfang bis Z wie Zende gemeinsam gestalten. Wir werden Formate, Farbfelder anlegen. Wir werden auch das Zusammenspiel von bebilderten Schlüsselreizen in Kombination zu typografischen Effekten nutzen. Wir werden den korrekten Export aus InDesign besprechen und wir werden anschließend unser Produkt in den Druck geben. Für diesen Zweck könnt ihr euch an die Druckerei eures Vertrauens wenden. Ich verwende für meinen Fall die Druckerei via Printo.de. Ja, und abschließend schauen wir uns dann an, ob die gedruckte Variante tatsächlich auch so gut aussieht wie am Desktop und ob sie auch in unserer Bürowand einen richtigen Eyecatcher abgibt. Ihr dürft also gespannt sein. Ja, und damit ihr nicht denkt, der redet schon eine Minute lang und hat uns noch überhaupt gar nichts gezeigt von dem, was er überhaupt machen möchte. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Deswegen schwenken wir jetzt direkt um in unser PDF, von dem ihr das Deckblatt bereits sehen könnt. Think bigger und genau unter diesem Motto starten wir jetzt gemeinsam durch. Also, let's go und los geht's mit unserer ersten Seite. Wir sehen hier schon unsere erste Raffinesse und zwar bedienen wir uns da bei einem ganz einfachen typografischen Effekt. Think bigger ist natürlich eine Aussage, wir sollen größer denken, wir sollen über uns hinaus wachsen, wir wollen einfach etwas machen, was prinzipiell nicht in den Rahmen passt. Und deswegen suggerieren uns die abgeschnittenen Buchstaben B und R sehr deutlich, dass es sich hierbei um etwas handelt, was nicht die Norm entspricht. Gehen wir zur nächsten Seite. Da haben wir den Januar. Business starts with visions. Wir haben also immer eine zweigeteilte Aufteilung, quasi ein Splitscreen, der leitet sich nicht von Metallica ab. Nein, den habe ich genommen, weil ich der Meinung bin, wenn wir in diesem Workshop nur Bilder platzieren würden, wie man das ja häufig kennt, Landschaftsfotos, Stillleben oder sonstige Aufnahmen, dann wären wir wahrscheinlich in 58 Sekunden fertig und ihr würdet dabei vermutlich gar nichts mitnehmen. Deswegen habe ich mich mit absoluter starker Entschiedenheit dafür ausgesprochen, wir machen eine zweigeteilte Aufteilung. Links haben wir immer ein Bild, rechts dagegen haben wir den typografischen Part und beides in Kombination zueinander unterstreicht sich gegenseitig. Wir haben auch in diesem Kalender einen sehr luftigen, airy, vintage Look, nenne ich es jetzt mal. Wir haben kaum gesättigte Farben. Schauen wir uns mal die nächsten Beispiele an, Seite 3. Die einzelnen Seiten zeichnen sich durch homogene, pastellfarbene Farbtöne aus. Kaum gesättigte Farben. Alles schön flach gemäß unserem trendigen Flat Design mit der ganz klassischen Orientierung an Businesskunden, Firmenkunden mit motivierenden Leitsprüchen. Ich hüpfe da jetzt mal zügig durch. März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und last but not least unser heißgeliebter eiskalter Dezember. Und wir haben eine Schlussseite und durch dieses gesamte Zusammenspiel zwischen Bild und Text ist es wirklich das ideale Produkt zur Weitergabe an Kunden, Geschäftspartner, Investoren, die Großmutter, die Putzfrau oder wen auch immer ihr so einen Kalender schenken wollt. Er eignet sich auf jeden Fall für eine sehr breite Masse, der wir nicht mit Peitsche und Zuckerbrot entgegentreten wollen. Nein, wir wollen einfach ein bisschen Motivation jeden Monat aufs Neue suggerieren und dafür ist dieser Kalender da. Und in diesem Sinne starten wir jetzt ganz einfach mit der Vorlage. Ja, woher bekommen wir die Vorlage? Ganz einfach, wir sind jetzt hier im Internet Explorer und werden dort viaprinto.de eingeben. Dann kommen wir schon auf die Startseite. Und viaprinto ist eine Druckerei, die uns dieses Kalendarium, das wir benötigen, als InDesign Vorlage schon zur Verfügung stellt. Also wählen wir doch mal unser Produkt. Wir wollen einen Wandkalender machen. Das könnte dann so aussehen oder ebenso in dem Beispiel, wie wir es gerade gesehen haben. Dann wählen wir uns das Format aus. DIN A3 Querformat, 170 Gramm je Quadratmeter. Die Grammatur passt also. Inhalt 13 Seiten. Jetzt kommt die Besonderheit. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, eine 14. Inhaltsseite zu machen. Das ist das Firmenporträt, das ihr gesehen habt. Also die Fiek Media Seite. Und dann könnt ihr natürlich noch die Auflage wählen. Bei 50 Exemplaren gibt es hier keine Veredelungsoptionen. Wählt ihr allerdings, ich glaube ab 100 geht es los. Dann könnt ihr zum Beispiel hier auch diverse Veredelungen einsetzen. UV-Lack mit Matt, Glanz, Kaschierungen. Also ab 100 gibt es da die Möglichkeit, dem Ganzen noch einen extra Kick zu verpassen. Und dann verringert sich natürlich auch anhand der Auflage der Stückpreis. Das ist klar. So, dann scrollen wir runter, nachdem wir unsere ganzen Parameter festgelegt haben. Und hier unten haben wir nämlich Details und Vorlagen und Kalendarien. Details und Vorlagen ist ein ganz interessantes Fenster. Denn hier sehen wir die Maße, wenn wir es anlegen würden. Wie groß muss das Endformat sein? Bei den Dokumentinformationen sehen wir auch nochmal hier den Hinweis von der Spirale. Denn wir haben ja eine Spiralbindung. Das heißt, wir müssen ein bisschen Abstand nach oben halten. Dokumenterstellung hier mit Beschnitt und ohne Beschnitt. Wie legt ihr das Ganze an? Werden wir alles nicht brauchen. Denn wir werden uns einfach eine festgelegte Vorlage vom Server ziehen. Weitere Hinweise auf den Beschnittobacht geben. 3 mm. Randelemente. Da müssen wir natürlich Obacht geben, dass wir alles bis zur Außenkante des Beschnitts festlegen. Einen Sicherheitsabstand einhalten. Bilder mit 300 dpi. Und die Schriften natürlich eingebettet. Und hier haben wir nochmal den Hinweis zur Spirale. 15 mm Abstand nach oben. Dort ist nämlich unsere Spiralbindung. So. Dieses Fenster können wir schließen. Was wir brauchen ist Kalendarien 2015. Wenn ihr hier drauf klickt, dann bekommt ihr eine Vorlage ohne den gegenwärtigen Kalender. Wir wollen aber den mit Kalender. Also zum Download. Klassisch. Hier könnt ihr euch nochmal das Layout wählen. Wir haben uns ja für dieses hier entschieden. Aber es gibt hier noch weitere, wie ihr sehen könnt. Ganz ausgefuchste Dinge. Hier zum Beispiel auch Arial. Da bieten sie auch sehr spannende Layouts. Sieht eigentlich ziemlich hübsch aus. Aber wir haben ja unseres schon gefunden. Also Download. Ja, bitte einmal speichern. Und dann auf Ordner öffnen. Und da haben wir auch schon die ZIP-File. Die werde ich mit einem Rechtsklick einmal extrahieren. Ich arbeite hier mit zwei Monitoren. Deshalb hüpft mir das ab und zu aus dem Fenster heraus. Ja, das ist in Ordnung. Aber ich schiebe euch das Relevante immer mit ins Bild, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. So, Wandkalender. Da haben wir ihn. Wandkalender A3 QUER 2015. Hier gibt es noch andere Vorlagen für Microsoft Word, für den Acrobat Reader. Oder dann auch als PowerPoint-Präsentation. Aber es lässt sich mit keiner Software so gut arbeiten wie mit InDesign. Deswegen ziehe ich diese Datei einfach in mein InDesign-Fenster. Gehen wir mal ganz nach oben. Wenn man mit fremden Arbeitsdateien hantiert, dann bietet es sich an, sich mal einen Überblick zu verschaffen. Das ist so, wie wenn man in ein fremdes Auto steigt. Man stellt erstmal den Spiegel ein. Man stellt den Sitz ein. Man guckt, wo ist das Lenkrad? Wo ist die Gangschaltung? Nein, Spaß beiseite. Also so schlimm ist es nicht. Aber wir werfen auf jeden Fall mal einen Blick in die Ebenen. Und was haben wir hier? Wir haben eine Kalendarium-Ebene und wir haben Ihre Ebene. Was hat das zu bedeuten? Das schloss zum einen, dass die Kalendarium-Ebene gesperrt ist. Die werden wir aber auch mal entsperren, weil wir müssen da ein bisschen hantieren. Und wenn wir diesen Tab einmal öffnen, dann seht ihr, dass bisher nur 2015 dort steht. Das können wir in dem Zusammenhang auch gleich mal rausschmeißen. Das brauchen wir dort nämlich nicht. Und wenn ich eine Seite tiefer gehe. Ich schiebe mir das mal so ein bisschen auf die Seite. Und das Kalendarium öffnen. So, dann sehen wir, dass diese einzelnen Tage auf der Kalendarium-Ebene sind und unsere Gestaltungsebene diese hier sein wird. Die ja momentan noch sehr leer ist. Okay, das haben wir geklärt. Dann werden wir uns die Farbfelder anschauen. Hier bestehen bereits zwei Farbfelder. Aber wie das natürlich im Rahmen der Corporate Identity ist, hat ja jedes Unternehmen seine eigenen Farben. Und die werden wir uns einmal über dieses Kontextmenü hier oben laden. Ja, hier können wir wieder ein Phänomen beobachten. Typisch Adobe. Je wichtiger die Funktion, desto kleiner der Button, um dort hinzukommen. Aber na gut. Farbfelder laden. Dann bekommen wir einen Dialog. Wandkalender hier. Diese ASE-Datei öffnen. Und jetzt ist hier unsere Farbpalette bereits angereichert mit jeder Menge CMYK-Werte. Das sind dann unsere Farbfelder, die wir brauchen. Oder in eurem Fall vielleicht die eures Unternehmens. Gut, nächster Schritt. Absatzformate. Gibt es Absatzformate? Nein, das sieht ziemlich düster aus. Zeichenformate fast genauso. Vielleicht haben die sich das voneinander abgeschaut. Denn irgendwie ist hier ziemlich tote Hose. Und das ist, um ehrlich zu sein, ein kleines Problem. Denn wir wollen ja nicht alles einzeln ändern. Der Vorteil von Formaten ist ja, dass man mit einem Klick, mit einer One-Click-Lösung, also dokumentübergreifend Änderungen vollziehen kann. Hier wurden keine Formate angelegt. Möchte ich aber anstelle unserer Arial Regular 30 Punkt lieber unsere Hausschrift verwenden, wie die ALA. Also, das ist unsere Hausschrift. Das ist kein Fluss oder so in Deutschland. Dann müsste ich alles manuell ändern. Ziemlich ungute Angelegenheit, aber hierfür habe ich einen Trick für euch parat. Ich klicke jetzt einmal raus, werde den Suchen und Ersetzen Dialog öffnen mit CTRL-F. Und dann kann ich hier in dieses unscheinbare Fenster klicken, Format suchen. Es öffnet sich ein Dialog und hier unter Grundlegende Zeichenformate. Dort werde ich jetzt eingeben, die Arial mit dem Schriftschnitt Regular suche ich, die Schriftgrad 30 Punkt. Und ich suche auch noch eine Zeichenfarbe und zwar in Rot. Jetzt sehen wir hier eine Auflistung der Parameter, was gesucht werden soll. Und jetzt, Obacht, festhalten, wir gehen auf Format, Ersetzen. Dann öffnet sich wieder ein Dialog. Und nun kann ich definieren, dass alles, was ausgewählt wird, in ein neues Zeichen- oder Absatzformat definiert werden soll. Also gehen wir auf neues Zeichenformat. Das nenne ich jetzt Monat. Grundlegende Zeichenformate, ich möchte jetzt die aller in Regular. Die 30 Punkt, die können wir gerne beibehalten, aber die Zeichenfarbe möchte ich nicht Farbfeld 1, sondern ich möchte unser Hausrot haben. Das ist dieser CMYK-Wert, deswegen werde ich den ersetzen. So, ich bestätige das Ganze. Und jetzt achtet mal bitte hier unten auf den Januar. Ich zoome hier mal ein bisschen rein, wie sich der gleich verändern wird. Ein Klick auf Alles ändern. Die Suche ist abgeschlossen. Zwölf Ersetzungen vorgenommen. Und jetzt haben wir hier nämlich eine komplett andere Schrift. Genau das gleiche werden wir noch einmal wiederholen. Und zwar für die roten Tage und die schwarzen Tage. Dazu schauen wir uns mal an, welche Schriftgröße hier verwendet worden ist. 13,5 Punkt. Okay. Nochmal rein ins Fenster. Grundlegende Zeichenformate. Ich suche alles mit 13,5. Ebenfalls Zeichenfarbe rot. Genau. Und dann ersetzen bitte mit einem neuen Zeichenformat. Und zwar Kalendarium rot. Genau. Hier anstelle der Areal die aller. Und als Zeichenfarbe bitte unser rot. Einmal bestätigen. Bestätigen. Alles ändern. Und jetzt müsste sich hier auch was getan haben. 136 Ersetzungen. Genau. Und das letzte Spiel noch einmal für die schwarzen Tage. Also noch einmal rein. Grundlegende Zeichenformate. Bitte alles suchen, was Farbfeld 2 hat. Und ersetzen mit einem neuen Zeichenformat. Kalendarium schwarz. 13,5 Punkt. Das passt. Zeichenfarbe. Hier werden wir diesen fast schwarzen CMYK-Wert nehmen. Warum gibt's den? Naja. Also ganz knalliges Schwarz. Es wirkt einfach sehr kontrastreich. Und mit einem etwas softeren Schwarz wirkt das Ganze viel homogener. Deswegen habe ich diesen Wert angelegt. Okay. Bestätigen. Ein letztes Mal. Alles ändern. Dann kommt der große Rest. 373. Alles klar. So. Fertig. Und jawoll. Wie ihr seht, hat sich außer der Farbe nichts getan. Ah. Das hat noch nicht ganz geklappt. Hier ist immer noch Areal eingestellt. Warum? Jetzt können wir es genau testen. Kalendarium schwarz. Hat er nicht übernommen? Oder habe ich falsch angestellt? Wie auch immer. Wir geben hier die Aller ein. Schauen uns jetzt mal hier unten an, was passiert. Okay. Genau. Und jetzt haben wir überall die Hausschrift drinnen. Sollte sich mal irgendwas ändern. Ein Klick auf die Formate. Und schon ändert sich das Ganze für das Dokument. Ziemlich coole Sache, um ehrlich zu sein. Auf diesen Trick sollte man bei derartigen Manöver nicht verzichten. Denn es ist ein absoluter Mehrwert. Es ist eine Beschleunigung, die auf regulärem Wege immensen Zeitaufwand bedeuten würde. Also bitte nutzen. So Leute. Frage. Was gehört auf jeden Firmenkalender vorne drauf? Klar. Das Logo. Und ohne Logo geht es bei uns nicht. Wir gucken uns hier mal die Seiten an. Und haben ja hier auch eine Mustervorlage. Die werden wir uns mal genauer anschauen. Und dort werden wir nämlich auch unser Firmenlogo einmal platzieren. Dadurch ergibt sich der Vorteil, wenn wir diese Musterseiten auf alles anwenden, dann haben wir überall an der gleichen Stelle das Logo. Dafür arbeite ich persönlich am liebsten mit Bibliotheken. Die sieht so aus. Das ist eine Bibliothek, die ihr lokal auf dem Rechner gespeichert habt. Dort sind Elemente drin. Und solche Bibliotheken könnt ihr auch anlegen über Datei. Neu. Bibliothek. Und dann ganz einfach via Drag & Drop damit arbeiten. Hier ist unser Logo mit Slogan. Einmal bitte dort unten platzieren. Auf die Musterseite. Okay. Und nun werden wir uns noch die Hilfslinien rausziehen, die ich mir schon einmal zurechtgelegt habe. Und zwar, wir brauchen auf jeden Fall einmal mittig. Das heißt, die Mitte liegt genau bei 210 mm. Dann brauchen wir noch eine weitere Trennung. Und zwar bei 105 mm. Also einfach rausziehen und oben ins Textfeld die Kennziffer eingeben. Und eine letzte vertikale Hilfslinie mit 315 mm. So. Hier haben wir das Bild. Hier haben wir den Text. Und wir haben immer noch eine Referenzlinie, um das Ganze dann auch zu zentrieren. Dann brauchen wir natürlich auch horizontale Linien. Und zwar einmal die 15 mm von oben. Da können wir hier mal auf die 0 mm gehen. Und dann versuchen, ob wir das händisch hinkriegen. Ja. 15 mm. 15 mm. Das ist die Grenze für unsere Spiralbindung. Also hier müssen wir auch ein bisschen Abstand halten. Bitte daran denken. Und eine zweite ziehen wir noch auf. Und die werde ich auf einen ganz total krummen Wert legen. Und zwar auf 244,3 mm. So. Aber das ist unsere Abschlusslinie unten. Da wir diese ganzen Hilfslinien auf der Musterseite angelegt haben, werden diese auch auf den ganz normalen Arbeitsseiten nun sichtbar sein. Und zwar, wenn ich mir die Seiten anschaue, dann könnt ihr das hier beobachten. Januar. Da haben wir jetzt das Logo und unsere Hilfslinien ebenso bei allen weiteren Monaten. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, wir haben das auch auf unserem Deckblatt vorne drauf. Und hier brauchen wir keine Hilfslinien und kein Logo. Deswegen ziehe ich mir einfach diese leere Musterseite auf die Seite 1 und schon verschwindet alles. Wo kommst du jetzt her? Haben wir den aus Versehen rausgezogen? Na, den schmeißen wir einfach wieder weg. So. Dann fangen wir jetzt mit der Gestaltung des Deckblatts an. Schaue ich mir nochmal dazu die Vorlage an. Dann haben wir hier zwei Textfelder, sogar drei. Und zwar in der Futura 250 Punkt und der Futura Bold in 360 Punkt. Genau so werden wir das machen. Ich ziehe also ein Textfeld auf. Werde das noch ein bisschen schöner an den Anschnitt machen. Dann werde ich mir die Futura wählen. Genau, aber nicht in Bold, sondern bitte in Light. Das waren 250 Punkt. Und dann als Farbe nehmen wir jetzt nämlich auch unser ganz zartes Grau. Das habe ich hier. Und dann schreiben wir ein Think. Und dann muss ich das Ganze noch einmal markieren und werde die Versalien aktivieren. Zentriert ausrichten. Fertig. Dann werde ich mir das Ganze einmal mit Alt und Shift nach unten ziehen. Dann habe ich eine Dublette davon. Hier schreiben wir Bigger rein. Das Ganze markieren auf 360 Punkt vergrößern. Und dann im Schriftschnitt Bold. So, jetzt wird das Textfeld nicht ausreichen. Genau, wir kriegen hier einen Fehler. Also einmal bitte größer machen. So. Und jetzt warten wir bis die Hilfslinie sich aktiviert. So, jetzt haben wir die Hilfslinie. Ihr habt es gerade schon gesehen. Die sich automatisch aktiviert. Sollte die bei euch übrigens nicht sichtbar sein, dann ist es mal ganz wichtig, einen Blick auf Ansicht, Raster und Hilfslinien, intelligente Hilfslinien zu aktivieren. Ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Erleichterung. Dann werden euch nämlich automatisch immer, wenn irgendwo Symmetrien erkannt werden, Hilfslinien eingeblendet. Also Leute, don't miss this feature. So, dann werde ich das Ganze ein bisschen nach oben schieben. Die 2G markiere ich mit unserem Farbfeld. Dann sieht das Ganze so aus. Dann werde ich beides markieren. Dann werde ich mit Shift und den Pfeiltasten nach oben ein bisschen nach oben bewegen. So in etwa. Wenn wir jetzt mal die Montagefläche ausblenden über den Shortcut W oder wenn ihr hier auf diesen Fenstern hin und her klickt, dann sieht das also so aus. Think bigger erkennt man ziemlich gut. Und dann werden wir uns ein letztes Textfeld aufziehen. Und das ist die DS Digital in Normal. Und dann erhöhen wir das Ganze mal auf 60 Punkt und schreiben rein 2015. Das bitte auch einmal zentrieren. Beim Zentrieren ist immer ganz praktisch, wenn man das Textfeld sowieso bis an die Grenzen ausrichtet, dann hat man wirklich nach der zentrierten Ausrichtung auch konkret die vertikale Mitte. Ein bisschen größer könnte es nach meinem Geschmack schon werden. Also werde ich hier mit Shift Tab ein bisschen nach oben switchen. So 90 Punkt ist okay. Farbe ist noch zu hart. Hier haben wir wieder unser hartes Schwarz drin. Gefällt mir nicht. Also Farbfeld 2 und das Ganze in Rot. Dann machen wir das Fenster kleiner. Schieben es bis an diese Hilfslinie. Wobei ein bisschen höher darf es sein. So wäre unser Deckplan eigentlich schon fertig. Sieht an und für sich genauso aus wie in der Vorlage. Mit ein paar wirklich wenigen Klicks und so leichtfüßig wie wir aktuell unterwegs sind, widmen wir uns doch dann gleich dem nächsten Monat, nämlich dem Januar. So, ein Blick auf die Vorlage. Links Bild, rechts Text. Der Kollege sieht ein bisschen aus wie Steve Jobs, der eine große Vision verfolgt. Vielleicht hat er auch mal so angefangen. Aber wir werden jetzt mit Ctrl D den Platzieren Dialog öffnen. Ein Klick auf unser Bildmaterial. Wo haben wir ihn? Da ist unser Kollege. Den werde ich jetzt hier bis zum Anschnitt aufziehen. Da müsst ihr Obacht geben darauf. Bis an die Hilfslinie in der Mitte. Einmal runterziehen und einen Rechtsklick anpassen. Rahmen proportional füllen. Und jetzt werden wir ihn mit Shift und Pfeiltasten konkret ausrichten. Hier müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, ob ihr den Bildrahmen oder den Bildinhalt aktiviert habt. Also den Bildinhalt erkennt ihr an dieser braunen Linie. Wenn ich jetzt nur den Bildrahmen habe, dann ist es diese leicht türkise Linie drumherum. Also darauf bitte Obacht geben, wenn ihr so etwas verschieben wollt. Gut. Der Kollege ist platziert. Dann werden wir ein Farbfeld aufziehen. Ich beginne wieder am Anschnitt. Ziehe es ganz sauber bis an die Hilfslinien und werde als Farbfeld wieder unseren Rotton nehmen. So. In dem Zusammenhang können wir auch mal die alten, die wir nicht brauchen, rausschmeißen. Wo sind sie? Farbfeld 1. Schmeißen wir raus. Farbfeld 2. Sollte das jetzt noch irgendwo bestehen bleiben, so wie in diesem Feld. Irgendwo ist es uns also durch die Lappen gegangen, das Schwarz zu ändern. Wenn wir das dann also löschen, dann können wir auch eine Ersatzfarbe wählen. Und ich möchte bitte hier unser 90%iges Schwarz haben. Ich vermute, dass das unten in der Fußzeile der Fall ist. Aber deswegen tauschen wir das jetzt auch. Alles klar. Wir arbeiten hier mit ganz einfachem Grafikdesign. Also wir wollen wirklich reduzierte Aussagen treffen. Wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Deswegen müssen wir nicht alles zugleisten mit Schlagschatten, Konturen, abgeflachte Kanten oder irgendwas dergleichen. Nein, einfaches, flaches Grafikdesign. Wir haben hier eine wunderbare Kontrastwirkung, wie ihr sehen könnt. Jetzt werden wir noch die Farbe Rot mit einer weißen Typo versehen. Ich habe da mal in der Stadt einen rot lackierten Lieferwagen gesehen mit schwarzer Typo drauf. Geht gar nicht, Leute. Wirklich gar nicht. Erkennt kein Mensch. Und deswegen immer auf die Kontrastwirkung Obacht geben. Also natürlich weiß. Ich werde ein Textfeld aufziehen. Und zwar einmal bis hier oben angefangen. Dann werde ich das Farbfeld auf Papier ändern. Und jetzt kommt unsere heiße Schrift. Und zwar ist das die Reklamescript. Und dann werde ich das Ganze zentrieren. Machen wir das ein wenig größer, damit ihr das sehen könnt. Und dann schreiben wir rein Business Starts with Visions. Im nächsten Step müssen wir aber ein bisschen noch mit der Größe spielen. Hier können wir zum Beispiel ruhig etwas größer werden. 160 Punkt Visions dann ebenfalls in 160 Punkt Starts with. Das können wir, sage ich mal, auf 100 Punkt lassen. Starts dagegen auf 60 Punkt. So bekommen wir ein bisschen Dynamik in das Bild hinein. Was jetzt noch störend ist, ist natürlich der falsche Zeilenabstand hier, dieser Durchschuss. Den müssen wir anpassen, damit wir in der oberen Lücke und der unteren Lücke einen optisch gleichen Wert haben. Deswegen werde ich hier eine Reduktion vornehmen. An eurem eigenen Projekt könnt ihr das dann noch bis ins Detail austüfteln. In meinem Videotraining muss es jetzt so reichen. Dann das Ganze einmal auf die richtige Größe. Bitte an der Hilfslinie ausrichten. Voila! Der Januar ist fertig, innerhalb von wenigen Sekunden. Wir sind zwar nicht auf einer Militärparade, aber zackig und zügig geht's weiter zum Monat Februar. Bis gleich! Ja, seid ihr noch alle da? Okay, ich hoffe ihr hört mir noch zu, denn wir werden jetzt den Februar gestalten. CTRL D, ich suche mir wieder mein passendes Bild aus. Das ist dieses hier. Werde es wieder aufziehen. So, einmal anpassen, Rahmen proportional füllen. Das Spiel kennt ihr schon. Ja, was ist hier passiert? Die Dame guckt eigentlich in diese Richtung. Ich habe es in unserer Vorlage, die wir ja hier sehen könnt, einmal horizontal gespiegelt. Denn ich möchte, dass unsere hübsche Dame hier aus dem Bild hinausschaut. Ihr Gesicht ist mir wichtig, ihre Beine dagegen nicht ganz so. Also werde ich unter Objekt transformieren einmal horizontal spiegeln und sie wieder so hinbewegen. Hier haben wir jetzt eine Besonderheit bei der Gestaltung. Und zwar haben wir hier die Anschnittlinie. Das bedeutet, dort wird geschnitten von der Druckerei. Wenn ich jetzt die Montagefläche ausblende, dann sieht das so aus. Und mir gefällt es nicht, dass man hier den Absatz sieht. So etwas würde ich in dem Fall komplett rausnehmen. Das bedeutet, ich schiebe sie so weit raus, bis ich tatsächlich ihren rechten Stiefelabsatz nicht mehr sehe. Okay, wir schalten einen Gang höher und ich ziehe einen neuen Grafikrahmen auf. Einmal bis da runter. Zack. Farbe bitte in 20-prozentigem Brau. Alles klar. Dann werde ich das Rechteckwerkzeug nehmen. Einmal reinklicken. Die Maße definieren. 160 in der Breite. 23 Millimeter in der Höhe. Sieht dann so aus. Das Ganze bitte an der Mitte ausrichten. Im nächsten Schritt werden wir das mit einer Farbe füllen. Und zwar mit diesem Grünton hier. Dieser Grünton harmonisiert sehr schön mit seiner Umgebung. Wenn ihr übrigens auf der Suche nach solchen Tönen seid, dann benutzt doch einfach das Tool von Adobe. Nennt sich Cooler. Habe ich jetzt hier meine Sidebar drinnen. Sieht dann so aus. Dort könnt ihr einen Suchbegriff eingeben. Dann spuckt ihr euch automatisch diverse Farbfelder aus, die ihr direkt in eure Farbpalette integrieren könnt. Wieder mal über einen sehr sehr prominenten Button. Diesen kleinen Pfeil nämlich. Wenn der Cooler bei euch nicht in der Sidebar ist, findet ihr ihn auch unter Fenster, Erweiterungen und dann Cooler. Gut. Zurück zu unserem Textrahmen. Die Farbe ist drin. Wir werden jetzt noch Objekt, Eckenoptionen und zwar 2 Millimeter. Okay. So, hier sehen wir es jetzt schon ganz leicht. Dann werden wir aus diesem Grafikrahmen einen Textrahmen machen, indem ihr das Textwerkzeug anklickt. Einmal drauf klickt. Und nun ist es kein Grafikrahmen mehr, sondern ein Textrahmen. Das könnt ihr übrigens auch sehen mit einem Rechtsklick auf diesen Button. Ich muss ein bisschen herunter scrollen, damit ihr das sehen könnt. Rechtsklick. Inhalt. Jetzt ist es Textrahmen. Wenn ihr das nicht mehr haben wollt, könnt ihr es auch in einen Grafikrahmen zurück verwandeln. Gut. Der Text ist da. Ja. Wir werden jetzt unsere Parameter anpassen. Und zwar die Frutiga Light Condensed in einer Schriftgröße von 50 Punkt. In Basalien zentriert ausgerichtet. Farbe. Braun. Und dann schreiben wir einfach rein. There are. Farbe. Als nächstes möchten wir diesen Text hier aber innerhalb des Grafikrahmens zentrieren. Und deswegen brauchen wir die Textrahmenoptionen. Die bekommt ihr über Rechtsklick. Und dann im Kontextmenü. Oder über den Shortcut Ctrl B. Oder jetzt der Klassiker. Obacht. Alt und Doppelklick. Dann öffnet sich auch dieser Dialog. Ihr seht bei Adobe führen viele Wege nach oben. Vertikale Ausrichtung anstelle von oben wählen wir zentriert. Ich schiebe das Ganze ein wenig nach oben. Und werde jetzt mit gedrückter Alt Taste einen Klon erstellen. Und mit gedrückter Shift Taste parallel auf der Achse bleiben, auf der ich mich befinde. Ich erinnere mal die Ansicht. So. Und noch ein zweiter. Jetzt bekommen wir grüne Hilfslinien. Die seht ihr ja rechts im Bild. Das bedeutet die Abstände sind symmetrisch. Und dann schreiben wir einfach den Text um. Das bedeutet immer erst formatieren. Dann kopieren. Sonst haben wir doppelte Arbeit. Wobei ich glaube das Waste stand in dieser Zeile und oben nicht. Dann schmeißen wir es hier wieder raus. Und jetzt werden wir etwas klassisches im Grafikdesign anwenden. Und zwar wir werden das Gesetz der Nähe nutzen. Das bedeutet Elemente die einander gruppiert sind werden als Einheit wahrgenommen. Wir haben oben einen Appell während wir hier unten eine Lösung ausdrücken wollen. Das bedeutet wir gewinnen zu diesem oberen Block ein wenig Abstand. So in etwa. Und werden das Ganze umschreiben. Stop. Doubting. Und jetzt kommt Achtung jetzt mache ich hier einen Punkt. Warum mache ich diesen Punkt? Nun ja der Punkt der ist jetzt ein Element der wirklich demonstrativ die Aussage unterstreichen soll. Er kann fast schon als Ausrufezeichen wahrgenommen werden. Man kennt es. Ich sage etwas und dann Punkt. Dann ist Schluss. Das ist eine Aussage die hat Gültigkeit und die ist unumstößlich. Deswegen der Punkt. Er soll quasi die Aussage einfach nochmal bekräftigen. Den Schnitt ändern wir auf Bright Condensed. Die Farbe auf Weiß. Dann sieht das so aus. Wieder formatiert. Jetzt werden wir das Ganze umschreiben. Und zwar in Start Building. Hier müsst ihr nochmal oberheben, dass die Abstände wirklich symmetrisch ausgerichtet sind. Ich bediene mich da immer einer kleinen Hilfe. Die zeige ich euch. Die werde ich auch später noch öfter verwenden. Ich nehme einfach einen Rechteckrahmen. Ziehe den hier auf. So. Und jetzt weiß ich, okay wir sind hier 9 auf 9 Millimeter. Und dann nehme ich den einfach mit nach unten. Und dann kann ich ganz schnell das anpassen. Rausschmeißen. Fertig. Okay. Im letzten Schritt mache ich noch folgendes. Ich werde von dem eine Dublette machen. Ich werde den Text löschen. Und mit der eben beschriebenen Technik Inhalt das Ganze in einen Grafikrahmen umwandeln. Die Eckenoptionen, die kann ich mir eigentlich in dem Moment auch schenken. Das heißt wir nehmen sie wieder raus. Ohne Eckenoptionen Farbe. Hier nehme ich unser 90%iges Schwarz. Und dann werde ich das Ganze ein wenig drehen. So in etwa. Dieses Feld atme ich im Vordergrund an. Und dann müssen wir das noch ein bisschen anpassen. Können wir sogar fast noch ein wenig weiter drehen. So in etwa. Genau. Dann achte ich darauf, dass das Ganze wieder an der Mitte ausgerichtet ist. Einmal kopieren. So. Und ein weiteres Mal hier unten. So in etwa. Gut. Diese Seite ist fertig. Und die flache Anmutung und diese reduzierte Botschaft gefällt mir, um ehrlich zu sein. Ausgesprochen gut. Wir machen weiter mit dem März. Bis gleich. Monat 3 ist der Ur-Ur-Ur-Großvater von Terminator. Er sieht so aus in unserer Vorlage. Wir haben in unserer Arbeitsdatei bereits das Bild platziert. Ich habe auch schon einen rechteckeren Rahmen aufgezeigt. Ich möchte jetzt ein wirklich tiefes Schwarz dort haben. Und genau um dieses Schwarz soll es jetzt gehen. Denn Schwarz ist nicht Schwarz. Klingt zwar komisch, ist aber so. Wir haben ja hier oben in unserer Farbpalette diverse Schwarzwerte oder Schwarzmarken. Manche Leute verwenden dann zum Beispiel Passemarken. Also vielleicht an der Info, Passemarken ist jetzt keine Farbe für den Druck, sondern dient eigentlich zur präzisen Ausrichtung von Druckplatten. Da werden so kleine Kreuze gedruckt und das ist einfach für die präzise Ausrichtung notwendig. Also das ist eigentlich keine Farbe. Schwarz dagegen, da haben wir Cyan, Magenta und Yellow 0 und ein K mit 100% Schwarz. Aber auch das kommt im Druck nicht wirklich Schwarz rüber. Und wieso nicht? Das zeige ich euch mal in dieser Gegenüberstellung. Schaut euch das mal an. Schwarz im Vergleich. Wir haben jetzt hier Passemarken. Oh, da ist ein R zu viel. Gut, egal. Hier haben wir ein wirklich tiefes Schwarz. Gehen wir mal eins weiter. Das ist der Schwarzwert, den InDesign jetzt vordefiniert hat. Mit einem K-Wert von 100. Aber, jetzt vergleicht mal den oberen Schwarzwert mit diesem unteren Schwarzwert. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme so rüberkommt. Aber das ist ein deutlich tieferes Schwarz. Was wurde hier gemacht? Tiefschwarz, 40% Cyan hinzugegeben und 100% Schwarz ergibt ein Tiefschwarz. Aber es geht sogar noch eins weiter und zwar dieses Tiefschwarz 2. Das hat noch Cyan 50%, Magenta 50% und Schwarz 100%. Und wenn ich euch vielleicht diese Gegenüberstellung einmal so darstelle, dann erkennt ihr, dass wir hier unten doch ein sehr, sehr, sehr tiefes Reinschwarz haben. Und das möchte ich auch haben, denn das normale Schwarz, das wirkt fast ein bisschen leicht gräulich. Deswegen legen wir uns ein neues Farbfeld an. Neues Farbfeld und zwar, wie bereits erwähnt, 50% Cyan, 50% Magenta und 100% Schwarz hinzufügen. Und dann sieht das Farbfeld so aus. Versucht da mal ein bisschen Obacht zu geben oder wenn ihr auch wirklich Druckvergleiche irgendwie sehen könnt, wie schwarz ist wirklich euer Schwarz. Wenn es nicht schwarz genug ist, dann probiert wirklich mit der Anpassung dieser Werte und nehmt nicht einfach den vordefinierten Wert von InDesign. Gut, dann ziehen wir noch ein Textfeld auf. Ist ganz einfach. Wir beginnen rechts. So groß in etwa. Machen eine rechtsbündige Ausrichtung. Die Schriftgröße werden wir auf 90 Punkt erhöhen. Farbe bitte in Weiß. Und jetzt kommt unsere super coole Schrift und zwar Devil Breeze hier in Light. Also die wehende Brise des Teufels. Klingt zwar ein bisschen ängstlich, aber keine Angst. Kommt ziemlich gut rüber. Alles klar. Das einzige, was wir noch tun werden, ist das Ganze in Versalien zu setzen. Dann achtet mal hier unten auf das M. Boing. Dreht sich einmal um. Fertig. Das war bisher unser schnellster Monat. Mal gucken, ob wir in dem Tempo weitermachen können. Denn die Zeit rennt uns davon, Leute. Ich will euch ja nicht nerven damit. Aber wir haben ein begrenztes Zeitfenster. Also es geht zügig weiter in den April. Eine Bauernregel sagt, der April macht was er will. Bei uns jedenfalls nicht. Drum ist es wahrscheinlich auch eine Bauernregel, weil es nicht wirklich stimmt. Denn unser April, der hat sehr wohl eine Botschaft. Wir haben links ein retro anmutendes Atelier. Rechts wieder ganz zart. Töne. Wirkt fast schon feminin, die ganze Aufmachung. Und die Frage soll in dem Moment sein, wie bekommt man diesen einfachen Effekt hin. Die zwei Kreise, die eine Symbiose in der Mitte bilden. Quasi eine wirklich tolle Schnittmenge, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Das bauen wir jetzt ganz einfach nach. Ich habe das bereits hier schon einmal vorgelegt. Ihr wisst ja mittlerweile, wie das funktioniert. Ja und dafür ziehe ich mir einfach einen Grafikrahmen auf. Werde das Textwerkzeug nehmen. Einmal reinschreiben. Bitte in der Myriad Pro. Und zwar Schriftschnitt Light. Die Größe setze ich auf 54 Punkt. Das Ganze dann auch in Versalien. Farbe Weiß. So. Dann schreiben wir rein. Optimize your. Den Weißton habe ich jetzt nur aus Kontrastgründen genommen, weil ihr gleich sehen werdet, was als nächstes passiert. Das nächste ist nämlich folgendes. Ich werde hier in die Textrahmenoption gehen. Werde jetzt Abstände definieren. Und zwar diese Abstände können wir jetzt hier links oben beobachten, wenn die Vorstofffunktion aktiviert ist. Wir nehmen oben 2 mm. Jetzt hüpft der Text hier 2 mm nach innen. Und ebenso unten 2 mm. Das hat noch keine Auswirkung. Links 4 mm. Rechts 4 mm. Das bedeutet, das Ganze sieht jetzt etwas eingerückter aus. Die Ausrichtung kann man zentrieren, muss man nicht. Brauchen wir nämlich in dem Moment nicht. Jetzt werden wir das Ganze auf Weiß setzen. Ich werde den Text da drin markieren. Auf 90%ige Schwarz gehen. Und dann mit einem Doppelklick auf die Anfasse die Größe genauso groß machen, dass die Wörter wirklich formfüllend sind. Und jetzt können wir das Ganze ganz einfach hier oben hinschieben. Und dann mache ich mit gedrückter Alt-Taste wieder eine Kopie. Jetzt schreiben wir hier rein Work Life. Das wird wieder nicht reinpassen. Balance. Markiere alles. Werde den Schriftschnitt auf Bold setzen. Und dann hier drüben einmal in die Länge ziehen. Bold ist vielleicht ein bisschen zu groß. Machen wir Semi-Bold. Zack. So. Und dann kopiere ich mir das nochmal nach unten. For better results. Und dann haben wir eigentlich einen sehr, sehr coolen Effekt. Nämlich diese Headlines, die sich auf angepasste Farbrahmen ganz toll präsentieren können. Und zwar so, dass wir natürlich immer symmetrische Abstände haben. Ja, jetzt wollen wir noch, wie auf unserer Vorlage zu erkennen, eine Symbiose bilden zwischen diesen beiden Kreisen. Das finde ich, um ehrlich zu sein, immer ziemlich witzig. Ich nehme jetzt mal das Kreiswerkzeug. Klick einmal rein. 75 auf 75 mm. Okay, jetzt habe ich hier einen Kreis, den man noch nicht sehen kann. Werde jetzt eine Farbe wählen. Werde dann davon eine Kopie erstellen. Und werde auch hier eine zweite Farbe nehmen. Und zwar diesen Ton. Und jetzt wollen wir ja eine Schnittmenge daraus gewinnen. Und hier bedienen wir uns im Effekte-Bedienfeld mit den Mischmethoden. Und da werden die Photoshop-Spezialisten natürlich sofort wissen, was gemacht wird. Also ich weiß das aus dem FFF nicht, was da passiert ist, wenn man negativ multiplizieren klickt. Also ich weiß, multiplizieren ist mal nehmen. Aber wenn ich jetzt blau mal Pastell-lila nehme und das Ganze einmal negativ umdrehe, naja, also zum Schluss kommt jedenfalls das dabei raus. Keine Ahnung, welcher Algorithmus hinter InDesign oder Photoshop in dem Moment steckt. Jedenfalls sieht es so aus. Dieser Effekt gefällt mir. Ich lasse das so stehen. Mai. Der Mai ist in unserem Fall diesmal der Monat einer großen Person. Wie es dazu kommt, erkläre ich euch gleich. Wir nehmen diese beiden Felder. STRG-C in die Zwischenablage bearbeiten. An Originalposition einfügen. Und schon ist das Element da. Dann wähle ich einfach ein Rechteckrahmen raus. Klicke einmal rein. 181 auf 181 mm soll er werden. Und wir füllen ihn mit der Farbe schwarz. So, schwarz. Warum schwarz? Da war ja vorhin gar kein schwarz. Genau. Wir haben aber folgendes vor. Wir werden wieder mal, wie gerade eben schon, einen dieser tollen Mischmodis nehmen. Und zwar weiches Licht. Wo haben wir es? Hier ist weiches Licht. Und dann wird es ganz zart. Dann wird aus dem schwarzen Wolf ein weißer Schwan. Fast weiß jedenfalls. Und dann werden wir folgendes verwenden. Ich werde hier im Zeichenstift Tool, das hüpft mir aus dem Fenster, aber da gibt es den Punkt Ankerpunkt löschen. Den habe ich jetzt ausgewählt. So sieht er aus. Ein Klick auf den Ankerpunkt hier oben. Dann wird aus dem Viereck ein Dreieck. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch unser Textfeld. So. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu diesem Punkt, unserem großen, großen Krieger. Nämlich, wir nehmen eine ganz bestimmte Schrift, die Charlemagne. Habt ihr gemerkt? Ich musste sogar noch in der Aussprache etwas üben. Okay, die nehme ich. Dann einmal rechtsbündig ausrichten. 57 Punkt soll es groß werden. Ohne Plus aber so in Versalien. Und der Eigenname dieser Schrift steht nämlich unter historischen Gesichtspunkten für Karl den Großen. Also schreiben wir rein. Life is short. Do stuff that matters. That matters können wir noch die Farbe ändern in einen Blauton. Dann werden wir das Textfeld in der Größe anpassen, ein wenig hinunterziehen. Dann vielleicht noch ein wenig nach links versetzen, damit wir hier nicht so nah am Rand sind. Wir brauchen immer ein bisschen Abstand, Luft zum Atmen, damit das Ganze nicht gequetscht oder gedrungen aussieht. Juni, der sechste Monat im Jahr. Und Wiki und Pedia hatten mir dabei sogar verraten, dass der Juni der Monat ist, in dem es den längsten Tag gibt mit der kürzesten Nacht. Und wir wollen den Juni heute würdigen, indem wir einfach jemanden vor die Frage stellen. Welcome. Please choose your mood to go on. Also wähle deine Stimmung, um fortzufahren. Happy oder unhappy. Bei Happy haben wir diesen sehr, sehr coolen Hover-Effekt eingebaut. Man kennt den von Webseiten, wenn sich die Farbe ändert. Und genau diese einfache Strukturierung, ob glücklich oder unglücklich, in Kombination zu diesem sehr, sehr starken Bild mit diesem charismatischen Typen darauf, werden wir das Ganze nun auf unsere Arbeitsdatei übertragen. Bild und Farbhintergrund ist bereits angelegt. Nun geht's an den Text. Und das ist wieder mal kinderleicht. Ich nehme das Textwerkzeug, ziehe ein Textfeld auf, das Ganze in Weiß und als Schrift wieder die aller, also nicht den Fluss, wird jetzt zum Running Gag, sage ich euch. So, welcome. Und dann schreiben wir please. Ah ja, da schneidet mir jetzt das Textfeld ab. Machen wir es mal so. Das Ganze ist sowieso viel zu groß, deswegen werden wir die zweite Zeile auf 16 Punkt reduzieren und die Versalien rausnehmen. So, please choose your mood to go on. Wähle deine Stimmung, um fortzufahren. Das Ganze mittig ausgerichtet, genau. Okay. Dann ein Grafikrahmen, bitte mit weißer Kontur. Drei Punkt. Dazu dann die Eckenoptionen wieder aktivieren. Abgerundet auf drei Millimeter. In Ordnung. Dann werden wir hier mit dem Textwerkzeug einmal reinklicken. 30 Punkt reicht uns hier. Und wir schreiben. Happy. Ebenfalls in Weiß. Zentrieren. Dann werde ich das Ganze bis hierher schieben. Eine Dublette davon erstellen. Ändere den Text in unhappy. Dann werde ich das Ganze noch etwas verschieben. Shift und Pfeiltaste nach links. In Szener-Schritten dreimal. Eins, zwei, drei. Und das rechte ebenfalls. Eins, zwei, drei. Hier noch Farbe hinterlegen, damit wir den Hover-Effekt bekommen. So. Dann werde ich noch die Abstände ein bisschen anpassen. Vielleicht alles ein wenig tiefer. So in etwa. Ein bisschen höher kann es noch. Ganz genau. Wie ihr sehen könnt, kein Hexenwerk. Der Juli. Das richtige Bild für den Chef persönlich, wie es aussieht. Aber gilt eigentlich auch für die Mitarbeiter. Love what you do. Wir haben im Hintergrund einen ganz zarten Schwarzton. Nämlich nur von 20 Prozent. Und im Umkehrschluss dafür ein Kreis mit Typo. Auch kein Hexenwerk. Ihr seht hier 150 auf 150. Das können wir mal eben ganz schnell machen. Ich nehme das Ellipse-Werkzeug. Klick einmal rein. 150 auf 150. Dazu dann die Farbe Weiß. Und dann mittig ausgerichtet. So. Und dann ist es im Prinzip nicht mehr als eigentlich. Wir können uns hier in der Vorlage anschauen. Ein Textfeld. Und zwar mit der Schrift Elephant Regular. 67 Punkt in Versalien. Zentriert ausgerichtet. Wobei hier die Besonderheit natürlich ist, dass die einzelnen Textfelder unterschiedliche Punktgrößen haben. 67 haben wir hier. Hier 60. Hier 89. Hier 121. Und dementsprechend wurden auch die Abstände, also der Zeilenabstand, dementsprechend angepasst, dass wir hier wirklich eine optische Symmetrie haben. Dabei könnt ihr euch auch mit den ganz einfachen Vierecken bedienen, die ich euch ja vorhin schon mal gezeigt habe. Dieses einfache Werk ist wirklich super simpel. Das kriegt ihr locker hin. Ich mache STRG-C und werde STRG-V machen. Das Ganze hier einfügen. Habe ja noch das Textfeld markiert. Wähle mit der gedrückten Shift-Taste den Kreis dahinter und werde anschließend auf Ausrichten die Palette öffnen und einmal schön mittig zentrieren in allen Achsen. Der August hält eine meiner Lieblings-Maximen bereit. Always challenge the old ways. Und was mir hier besonders gut gefällt, ist natürlich das Bild in Kombination zur Farbgebung. Wenn ihr euch mit der Farbe auch etwas schwer tut, um die da manuell zusammen zu mischen. Wir haben die jetzt irgendwo, ich weiß gar nicht, hier das ist sie. 276520. Wenn ihr euch das schwer tut, dann könnt ihr euch auch einfach den Farbpicker hier anwählen und dann zum Beispiel eine Schmuckfarbe daraus wählen. Die ist natürlich jetzt total daneben gegriffen. Schnell wieder STRG-Z, aber ihr habt das Prinzip denke ich verstanden. Hier geht es auch einfach um die Message an sich. Typewriter, also eine ganz klassische Schreibmaschine, schon längst überholt. So etwas verwendet heute keiner mehr. Auf dem Foto kommt es super gut rüber. Die Farbe passt und mit dem Spruch Always challenge the old ways passt es wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen. Schauen wir uns noch einmal im Detail an, was hier getan worden ist. Das ist jetzt momentan gruppiert. Drum ist es mit dieser gestrichelten Linie hinterlegt. Ich kann über Rechtsklick die Gruppierung aufheben und dann ist es wirklich nichts weiter als 1, 2, 3 Textfelder, beziehungsweise hier eine Grafikbox auch noch. Farben sind bereits bekannt. Was ist dahinter gemacht worden? Hier haben wir eigentlich nur ein Rechteck aufgezogen, abgerendete Ecken und dann eine Kontur gewählt. Schmal schmal. Ihr könnt es auch dreifach wählen. Dann müsst ihr vielleicht die Punktgröße etwas anpassen, damit es noch wirklich zur Geltung kommt. Aber auch hier gilt less is more, weniger ist mehr. Also ich werde es wieder rückgängig machen. That's it. Also wirklich kinderleicht. STRG C bearbeiten, dann Originalposition einfügen, STRG V. Das kriegt ihr hin. Und weiter geht es nämlich auch schon mit dem nächsten Monat. September. September ist ziemlich stark. Da erwartet uns etwas sehr sehr cooles und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Dafür werden wir auch ein bisschen Zeit brauchen. Also fangen wir an. Wir haben hier ein Bild. Okay, das ist kein Problem. Und auch dieses Hintergrundbild werde ich mir direkt einmal kopieren. Aber was ist jetzt hier passiert? Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier einen ganz ganz zarten Effekt. Seht ihr den hier? Diese Linien und den Kreis in der Mitte. Die verblassen nach außen hin. Mit der Message bleibt fokussiert. Und dieses grafische Erzeugnis rechts ist eigentlich nur ein identisches Spiegelbild zu dem Foto, was links aufgenommen worden ist. Aber wirklich eine ganz tolle Kontrastwirkung. Wir haben hier keine Farben, die sich irgendwo verirrt haben. Sondern absolut reduziert auf die Kernaussage. Ab ans Eingemachte. Wir ziehen eine Linie auf. Und zwar in weiß. Bitte japanische Punkte mit 2,5 Punktbreite in etwa. Ich setze jetzt in der Mitte an und ziehe die einfach mal so auf. So, zoomen wir mal hinein. Ihr seht, wie das Ding aussieht. Ganz viele aneinandergereihte Punkte sind das. Steuerung 0, um hinaus zu zoomen. Und jetzt gibt Obacht. Wir werden in diesem Objekt hier den Bezugspunkt ändern. Und zwar ist der momentan natürlich zentriert ausgerichtet. Wir wollen ihn links oben haben. Also zur Mitte hier. Hier ist jetzt der Bezugspunkt. Und jetzt werden wir über Objekt transformieren. Einmal auf Dreh hingehen. 5 Grad mit Vorschau. Könnt ihr hier an- und ausschalten. Ihr seht also, was passiert. Und jetzt gehe ich auf Kopieren. Das bedeutet, wir haben jetzt zwei von diesen Strichen. Und jetzt können wir ganz einfach über Objekt erneut transformieren. Über den Befehl erneut transformieren. Abfolge. Ctrl, Alt und 4. Bitte nicht verwechseln mit Alt F4. Ist mir auch schon mal passiert. Das Ergebnis eher suboptimal an Natur. Klicken wir da drauf. Dann kriegen wir einen dritten dazu. Und wenn ich das jetzt ganz, ganz oft hintereinander drücke. Zack, 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 zack. Ich drücke da die ganze Zeit fleißig drauf. So. Nun mache ich folgendes. Ich werde erstmal dieses Bild einmal sperren. Werde dann auch das Hintergrundbild schwarz sperren. Und dann kann ich ganz bequem mit einem aufgezogenen Rechteck all diese einzelnen Elemente wählen. In eine Gruppe werfen. Und jetzt werde ich über das Effekte-Binienfeld einen ziemlich coolen Effekt anwenden. Nämlich die weiche Verlaufskante in der Form Radial. Und jetzt Achtung, Vorschau-Option. Bam. Könnt ihr euch hier mal anschauen. Ist mir noch ein bisschen zu stark. Aber der Effekt ist klar. Also es verblasst von außen hin und nimmt zur Mitte hin stärker zu. Aber hier müssen wir noch ein bisschen Feintuning machen. Den mittleren Regler in der Mitte schieben wir ein wenig nach links. Und jetzt verblasst es nach außen hin. Könnte sogar noch eine Spur mehr werden. So in etwa. Ja, 14%. Da liegen wir ganz gut. Und dann bestätigen wir das. Als nächstes ist es nicht mehr als im Prinzip eigentlich nur noch dieser Kreis. Mit der Schrift darin. Also Ctrl-C, Ctrl-V einmal in die Mitte setzen. Und dann haben wir unseren Effekt. Könnt vielleicht fast noch ein bisschen mehr vertragen. Könnt ihr ja dann selbst ein wenig anpassen. Gehen wir nochmal höher. Eine schöne Spur. Müsst ihr halt Obacht geben, dass das Bild hier vielleicht über dieser Ebene liegt. Damit wir keine Streifen im Bild bekommen. Der Herbst nähert sich. Und wir haben Oktober. Auch kein Problem. Ihr seht hier wieder ein tolles Bild. Start your project now. Get ready for take-off. Take-off kann ja zu so vielen verschiedenen Anlässen eine Rolle spielen. In diesem Fall wirklich wortwörtlich abheben. Und wie man von dieser tollen kleinen hölzernen Seifenkiste zu dieser gewaltigen Probellermaschine dort kommt. Das erkläre ich euch dann im nächsten Video Training. Aber in diesem geht es eigentlich erstmal um das Layout auf der rechten Seite. Kein Hexenwerk. Die Schrift ist die Myriad Pro in Light. Und dann eigentlich nur Kreis und Linie aufgezogen. Kein Problem. Ich werde das Ganze einmal kopieren und an der Originalposition einfügen. So sieht das dann ebenfalls aus. Der November. November auch ein ganz heißer Monat in diesem Fall. Obwohl es draußen dann wahrscheinlich schon kalt ist. Aber diese Anmutung und dieser Blick, wenn das nicht verführerisch ist. So sieht der Customer Service bei renommierten Modedesignern vielleicht aus. Doch auf sie wollen wir jetzt gar nicht so primär achten. Sondern vielleicht eher auf das Design. Auf der rechten Seite handelt es sich im Prinzip um nichts weiter als aufgezogene Rechtecke. Darin ein Textfeld. Und die Anmutung ist klar. Es handelt sich hier um ein Label, wie man es in Klamotten, in Cappies, in Wintermänteln usw. findet. Also auf allen möglichen Textilien, wo man die Waschhinweise eigentlich findet. Soll unterm Strich vielleicht bedeuten. Customers are your friends. Und gebügelt wird der Kunde nicht gerne. Dafür gerne warm gewaschen. Auch kein Hexenwerk. Einfach kopieren. Steuerung C. Und im November an die Originalposition einfügen. Hier ist vielleicht abschließend auch noch die Farbe von wirklich vorgelagerter Bedeutung. Dieser pastellfarbene Grünton, den man auch irgendwo ansatzweise hier auf der Nähmaschine findet. Oder überhaupt im gesamten Airy-Look dieses Bilds. Einfach wirklich zart halten. Nichts Knalliges. Das wird an dieser Stelle gar nicht passen. Endspurt, liebe Freunde. Wir haben es fast geschafft. Der Dezember ist da. Und dieser geschmackvolle Bordeauxfarbene Hintergrund kommt übrigens von der linken Seite des Vorhangs. Einfach mit dem Farbpicker auswählen. Da habt ihr gute Chancen einen wirklich tollen Farbton zu treffen. Wir ziehen ein Textfeld auf. So in etwa linksbündig. Farbe ist weiß. A la regular 90 Punkt. Das passt. Be part of the solution. Sei also Teil der Lösung und komm nicht immer nur mit Problemen an. Bei solution nehmen wir einfach die Farbe raus und werden anschließend eine weiße Kontur mit dazu nehmen. Die müssen wir wirklich ganz ganz zart halten. Oh. Pardon. Hier dürfen wir auch nicht allzu hoch gehen. Vielleicht maximal, ich sag jetzt mal zwei Punkt. Man muss ein bisschen Obacht geben natürlich, wenn man mit dünnen Linien arbeitet. Das muss ja auch noch im Druck erkennbar sein. Sonst gibt es ein eher nicht so schönes Ergebnis. Aber mit zwei Punkten liegen wir auf jeden Fall Gold richtig. Kann man vielleicht noch ein bisschen nach rechts schieben. Dann werden wir ganz einfach noch eine weiße Linie aufziehen. Und zwar so einmal mit gedrückter Shift-Taste, damit sie schön gerade bleibt. Durchgezogen. 2,5 Punkt. Mehr sollten es auch nicht sein. Ich denke, das ist von der Anmutung ganz gut. Hier ändern wir mal die Größe, damit wir das symmetrisch ausrichten. Ja, also ich würde es vielleicht fast noch eine Spur dünner machen. Zwei Punkte ungefähr. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie haben wir das auf dem Original. Da haben wir jetzt ein Quadrat, was aussieht wie eine Checkbox. Wie bekommen wir das hin? Auch ganz einfach. Wir ziehen dieses Quadrat einmal auf. Mit gedrückter Shift-Taste. Durchgezogen. Und zwar in Weiß. Dann nehmen wir auch hier wieder unsere zwei Punkte. Und jetzt nehme ich einfach das Textwerkzeug. Klicke einmal hinein. Werde mir dort jetzt die Schriftgröße auf 72 Punkte vergrößern. Und die Farbe auf Weiß setzen. Und dann gehe ich auf Schrift. Glyphen. Gebe unten die Wingdings ein. Und finde dann am unteren Ende diese Checkbox. Die man dann ganz einfach mit einem Doppelklick ergänzen kann. Er hat mir jetzt einen Übersatz festgestellt. Das Textfeld ist also zu klein. Machen wir es mal so groß, wie es ist. Oh, da waren sogar zwei. Jetzt ist es nur noch einer. Und dann sieht das so aus. Wichtig ist natürlich auch hier, dass hier mit den Abständen Obacht gibt. Das sollte natürlich ausgeglichen sein. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Unten sehen wir schon die Hilfslinie. Passt perfekt. Steuerung 0. Das Ganze mal aus der Vogelperspektive. Auch der Abstand zum Bild sollte identisch sein mit diesen hier. Das wird man vielleicht auf dem Anhieb nicht merken. Aber es ist eher eine unterbewusste Wahrnehmung, wo man sagt, irgendetwas stimmt oder irgendetwas stimmt nicht. Also wenn man es aufgeräumt haben will, dann schieben wir das Ganze einfach noch ein bisschen nach rechts. Ich mache das jetzt rein optisch, aber ihr bitte etwas genauer. Und dann sieht das so aus. Ja, abschließend schauen wir uns nochmal die Seiten an. Und hier werden wir noch eine neue Seite einfügen. Und zwar am Ende des Dokuments eine 14. Seite. Und das wird nämlich die Seite für unser Firmenportrait, das wir dort ergänzen wollen. Hier landet momentan die Musterseite darauf. Das ändern wir, indem wir die ohne Seite drauf ziehen. Dann ist auch das Logo dort unten verschwunden. Und jetzt passiert eigentlich im Prinzip etwas ganz Einfaches. Ich nehme mir unser Logo heraus. Drag & Drop. Ziehe es dorthin. Drehe es um 28 Grad. So. Und dann werde ich das Ganze einfach einmal richtig üppig aufziehen. So in etwa. Und dann kann ich mir noch von der Originalseite die Adressdaten holen. An der Originalposition einfügen. Dann sieht das so aus. Und voila. Schon ist die Seite fertig. Wow. Wir haben den ganzen Kalender geschafft. Ich speichere das Ganze jetzt erstmal ab. Und danach drucken wir das Ding noch. Ja, liebe Freunde. Und nach all diesen Motivationssprüchen. Was ist schlechter als eine fragwürdig umgesetzte Idee? Richtig. Eine Idee, die nie das Licht der Welt erblickt. Und so ist es auch mit unserem Kalender. Er bedeutet überhaupt gar nichts, wenn wir ihn nur auf dem Desktop haben. Wir wollen das natürlich auch drucken. Und das machen wir jetzt hier bei Viaprinto auf der Webseite. Unter Hilfe. Und dann Anleitungen. Quelldokument erstellen. Ich arbeite in meinem Fall mit dem PC. Adobe InDesign. Dort finden wir einen tollen Hilfe-Guide, wie wir das Dokument richtig anlegen. Aber weiter unten auch, wie wir das Dokument richtig exportieren. Zum Beispiel das Format, die Bezeichnung PDF-X3 2002 und viele andere Parameter. Das machen wir jetzt direkt in InDesign gemeinsam. Und ich nehme euch dabei an der Hand. Wir werden also nun über Datei exportieren den Dialog öffnen. Hier schreibe ich mal darunter Druck. Dann öffnet sich der Export-Dialog. Und dort werden wir jetzt anfangen, die Parameter einzugeben. PDF-X3 2002. Die Kompatibilität setzt er automatisch auf Acrobat 4. Seiten alle. Die Optionen können wir hier alle deaktivieren. Die sind für uns nicht relevant. Bei der Komprimierung wählen wir die bikubische Neuberechnung. Und hier geben wir die Werte ein 356. Und ein Feld darunter wählen wir die 534. Komprimierung automatisch JPEG. Bildqualität Maximum. Das ist in Ordnung so. Und im Reiter Marken und Anschnitt wählen wir die Anschnittseinstellungen des Dokuments. Denn wir haben ja 3 mm Anschnitt schon in der Vorlage bekommen. Hätten wir das nicht gemacht, könnten wir hier noch einen Anschnitt nacherfassen. Allerdings hätten wir dann das Problem, dass wir die Bilder nicht ausreichend rausgezogen hätten. Also einfach diese Checkbox aktivieren. Dann ist die Sache auch in Ordnung. In der Ausgabe wählen wir in Zielprofil konvertieren. Werte beibehalten. Und dort wählen wir als Zielprofil. Der hüpft mir gerade unten raus. ISO Coated V2. 300% ECI ist die richtige Einstellung für gestrichenes Papier. Und dann können wir auch weiter zum Erweiterdialog. Dort wählen wir einfach Vorgabe. Hohe Auflösung. Diese Checkbox, falls die bei euch aktiviert ist. Einfach deaktivieren. Wir gehen auf Exportieren. Und der spuckt mir jetzt gleich ein PDF aus. Zurück auf der Homepage von ViaPrinto können wir jetzt auf den Dokument hochladen Button klicken. Er fragt uns jetzt, ok, bitte einmal Dokument hochladen. Jawoll. Und hier wähle ich dann einfach das PDF aus. Dann beginnt der Upload. Der dauert je nach Geschwindigkeit unterschiedlich lang. Ich lasse den Server jetzt mal ordentlich ziehen. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja, und da sind wir schon wieder. Das war ja mindestens Lichtgeschwindigkeit oder irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall. Ihr habt nicht lange warten müssen. Hier ist unser Kalender. Wir können uns jetzt auch mal in dieser wirklich praktischen Vorschau-Funktion noch einmal genau anschauen. Und dann könnt ihr hier ohne weiteres einmal klicken. Hier oben sehen wir unsere Spiralbindung, wie sie sein wird. Und dann können wir ganz beliebig durch die Seiten switchen. Und ihr seht, wir haben alles richtig gemacht. Sieht alles super aus. Alles korrekt. Gehen wir noch weiter bis zum Schluss. Und auch unsere Schlussseite ist fertig. Jawoll. Super. Ausgezeichnete Sache. Dieses Feature mit der Vorschau-Option finde ich, um ehrlich zu sein persönlich, ist Gold wert. Dann ist es euch vielleicht auch schon mal so gegangen. Ihr sitzt da und ihr müsst jetzt ein Dokument hochladen. Ihr schickt dann eine Bestellung ab. Aber ihr wisst gleich, ja sieht es jetzt wirklich so aus, wie ich es gemacht habe. Und passt das alles? Und gibt es da auch keine Probleme oder irgendwas dergleichen? Nein, das fällt hier vollkommen flach durch dieses praktische Feature, mit dessen Hilfe wir eine anschauliche Vorschau-Option haben. Was sehr praktisch ist, ist auch, wenn wir hier einmal auf Speichern gehen, das Produkt in unserem Warenkorb ablegen. Dann haben wir die Möglichkeit im Dokumentenmanager, und zwar hier oben über Dokumente, ja, Speichern und weiter. Dort wähle ich jetzt den Wandkalender aus, gehe auf Informationen und dann auf Veröffentlichen. Und auf diesem Reiter kann ich zum Beispiel den Link in die Zwischenablage kopieren. Da geht es dann nur nochmal um die rechtlichen Hinweise. Und wenn ich das beschädige, dann habe ich den Link in meiner Zwischenablage. Und jetzt, passt auf, jetzt kommt wieder was ziemlich cooles. Ihr könnt jetzt in einem neuen Tab ganz einfach diesen Link kopieren oder an eure Kollegen weitergeben. Und er, also der Kollege, der erhält dann eine Übersicht zu diesem Produkt. Das ist ganz interessant, wenn ihr zum Beispiel für Firmen arbeitet, für irgendwelche Auftraggeber arbeitet, und ihr wollt euch nochmal final abstimmen, ob wirklich alles in bester Ordnung ist. Ihr wollt den Kunden nochmal drüber schauen lassen. Dann macht ihr das so. Veröffentlicht den Link, gebt ihn weiter an euren Auftraggeber. Der kann sich dann das Produkt nochmal anschauen. Ihr könnt nochmal irgendwelche Verantwortungen abwälzen auf den Auftraggeber, weil er ja auch drüber geschaut hat. Und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, sowohl ihr als Gestalter als auch derjenige, der den Auftrag an euch weitergegeben hat. Gut, ich werde zurück in den Warenkorb kehren, bin ja noch eingeloggt. Und dann kann ich hier nochmal eine Übersicht sehen. Okay, was kostet das? Wie hoch ist die Auflage? Welche Einstellungen habe ich gewählt? Ich gehe auf weiter, dann kommt die Adresseingabe. Und bei dieser Adresseingabe habt ihr auch noch die Möglichkeit natürlich, diverse Absenderanschriften oder Rechnungsadressen anders zu definieren, Lieferanschriften voneinander abweichen zu lassen und so weiter und so fort. Ich werde das bestätigen, werde meine Bestellung jetzt abschließen, dann geht es weiter zur Zahlung. Eine kurze Übersicht gibt es noch und dann die Bestätigung. Und dann ist der Auftrag im Kasten und wir schauen uns einfach das finale Produkt einmal an. Ich freue mich schon drauf. Eben hat es an der Tür geklingelt und der Kalender ist gekommen. Hier schön gelabelt von ViaPrint. Ich bin total aufgeregt. Das Paket werde ich jetzt im Schnellverfahren aufpacken und danach schauen wir uns das Innenleben mal genau an. Ja, hier ist das gute Stück. Sieht doch super aus. Links und rechts sauber abgeschnitten, B und R. Die Doppel-G's wirken sehr plakativ 2015 und die dünne Type oben wirklich toll. Der Januar. Schöne abgeschnittene Kanten, auch unten. Der Typ natürlich links sieht echt erstklassig aus. Die Typo, die wir darauf verbaut haben. Und dann natürlich auch unten das Kalendarium. Links hatten wir ja die Sache mit dem Stiefel, wenn ihr euch erinnert. Ist super gelöst worden. In der Mitte nochmal den Schnitt und dann das einfache Grafikdesign rechts. Kalendarium unten und Fiek Media. Wie ihr gesehen habt, auf der Musterseite hatten wir das. Im März hatten wir ja unseren Terminator, beziehungsweise die Sache mit dem Rheinschwarz. Kam auch gut rüber. Übrigens von der Grammatur her wirkt super. Also die 250 Gramm je Quadratmeter sorgen für eine wirklich ausgezeichnete Haptik. Da oben muss man ein bisschen aufpassen. Ihr wisst noch die zwei Kreise. Genau. Unten haben wir nochmal die Feiertage. Na. Jetzt. Mai. Juni. Auch mit dem coolen Hava-Effekt. Der Typ ist natürlich auch geil. Juli. August. Mein Favorite, um ehrlich zu sein. Hier haben wir nochmal die Farbe von der Schreibmaschine und dann rechts und auch diese Kontur, die wir verwendet haben. Ganz zart. Richtig Vintage. Das Schwarz sehen wir dann nochmal auf der Schreibmaschine. Unsere doppelten Kreise. Stay Focused. Auch der Oktober kommt gut rüber. November. Mit dem Label. Da mutet das einfach richtig an. Da kommt wirklich der Charme regelrecht rüber. Das gefällt mir. Dezember. Da haben wir auch nochmal die Bordeaux Farbe, die wir von vorne genommen haben. Und dann die 2-Punkt-Kontur hier, wie ihr seht. 2-Punkt haben wir verwendet. Reicht vollkommen aus. Ja. Und dann noch das Firmenportrait zum Schluss. Also ich sag Daumen hoch.